Ich bin eine sibirische Schamanin. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich meine Videos anschauen. Es macht mich glücklich, wenn ich erfahre, dass Sie es ganz oft lesen und Fragen dabei feststellen. Wegen den Fragen können wir ganz tief in die Thematik einsteigen und Ihre Fragen beantworten. Und für Sie haben ein Video aufgenommen im Namen der Geist des Kritik. Und natürlich kamen ganz viele Fragen dazu. Wir beantworten sie jetzt. Wie kann ich solche kritischen Menschen meiden, wenn ich mich beruflich oder im Rahmen meiner Familie um sie zu kümmern habe? Vielen Dank, dass Sie fragen. In der Tat, wir begegnen ganz oft kritischen Menschen. Und natürlich gibt es Menschen in unserer Familie und auch in unserer Arbeit. Wenn der Mensch, der kritisch ist, für uns fremd ist, können wir ihn wegschieben und mit ihm keinen Kontakt haben. Aber wenn dieser Mensch zu unserer Familie gehört oder auf der Arbeit ist, können wir das einfach nicht so machen, dass wir uns von ihm distanzieren. Was sollen wir tun? Erinnern Sie sich, dieser Mensch, der kritisiert, hat den Geist der Kritik in sich leben. Nельзя думать, dass dieser Mensch плохой. Bitte denken Sie nicht, dass dieser Mensch schlecht ist. Na самом деле, er ist ein guter Mensch. Eigentlich ist es ein gutmütiger Mensch. Aber in dieser Sekunde, ihm управляет плохой дух, дух Kritik. Aber in dem Moment, wo er kritisiert, wird der Geist der Kritik aktiv. Wenn Sie verstehen, dass nicht dieser Mensch kritisiert, sondern der Geist der Kritik, der kritisiert, dann werden Sie verstehen, dass eigentlich der Geist der Kritik sie stärkt, aber nicht der Mensch an sich. Und dann gibt es nicht mehr negativen, wenn wir verstehen, dass nicht der Mensch schuld daran ist, sondern der Geist, dann haben wir keine negative Reaktion darauf. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind nervt ein bisschen oder schreit rum. Sie können es natürlich nicht einfach so ernst nehmen. Natürlich nicht. Wir verstehen, dass es ein Kind ist, der ist nur müde. Vielleicht hat er Zähne, die rauswachsen. Wir verstehen, dass es eine Situation auf Zeit ist. Und wir wenden uns philosophisch dieser Situation zu. Wir empfinden Mitgefühl und Liebe für unser Kind. Und wenn diese Trotzphase vorbei ist, können wir unserem Kind beibringen, dass wir nicht gut, was er gemacht hat. Kein gutes Verhalten. Genau, so sollen Sie auch mit den Menschen umgehen, die kritisieren, als ob sie ein kleiner Kinder wären. Also Sie sehen, nicht der Mensch kritisiert, sondern der Geist der Kritik kritisiert. Und wenn Sie das sehen, dann können Sie ganz einfach gar nicht an sich herankommen lassen. Sie hören einfach die Kritik zu. Wir verstehen einfach, dass es eigentlich nicht der Mensch kritisiert. Und wenn der Mensch fertig mit der Kritik ist, können Sie ganz einfach zu der normalen Konversation übergehen. Wir versuchen jetzt das. Und unterstützen uns dabei das sybirische schamanische Trommel. Dieser Trommel war zu Tausenden von Ritualen unterwegs. Und sogar durch Internet bekommen Sie Hilfe durch ihn. Also denken Sie an einen Menschen, der Ihnen nahe steht, der sehr oft kritisiert und der Geist der Kritik in Ihnen wohnt. Jetzt wird es звучit, aber in diesem Moment, und in diesem Moment, in diesem Moment, versuchen Sie auf ihn zu maximale настроieren. Die Trommel klingt und Sie denken bitte ganz stark an diesen Menschen. Und wenn Sie auf ihn, dann schauen Sie genau diesen Menschen. an, душой его почувствовать, spüren sie seine Seele. Und jetzt sehen Sie zwei Sachen, Mensch und den Geist der Kritik. Und jetzt sehen Sie, wie die Liebe zwischen den Menschen und dem Geist der Kritik durchfließt. Und jetzt merken Sie, wie schwach dieser Geist wird. Und wie die Seele diesen Menschen erblüht. Also, wir machen das jetzt. Jetzt, пошlите сейчас, много любви к самому человеку. Senden Sie diesem Menschen ganz viel Liebe zu. Musik 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 Und wenn Sie nach dieser Übung auf die Arbeit kommen zum Beispiel, werden Sie ganz einfach mit diesem Menschen umgehen können. Wenn es einem Menschen gibt, wo der Geist ganz stark ist, bitte senden Sie mir ein Foto von diesem Menschen. Wenn wir zu den Kraftorten unterwegs sind, nehmen wir ganz viele Fotos von solchen Menschen mit. Und wir beten für diesen Menschen und dadurch erlangen Sie ganz viel positive Energie. Dadurch helfen wir Ihnen. Und natürlich stellen Sie gerne immer wieder Fragen. Wir sind Schamanen und wir helfen Ihnen vom Herzen gerne. Пусть это древнее, гармоничное знание меняет вашу жизнь. Möge diese alte Schamanische ohrkraft und Tradition ihre Harmonie im Leben groß werden lassen. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Bis bald! Bis bald! Das war's.